Ja, Lego und die Flughäfen. Wir haben schon ein bisschen über das Thema Cargo geredet, also über Häfen, über Verladestationen und sonstiges. Über Züge habe ich ja schon Rankings und sowas gemacht, vielleicht reden wir da auch nochmal irgendwann drüber, ein bisschen genauer. Aber ihr wisst ja, ich mag zum Beispiel ziemlich gerne Flugzeuge, gerade ältere Flugzeuge. Und natürlich braucht man für Flugzeuge, egal ob es jetzt Passagierflugzeuge sind oder ob es halt diese älteren Flugzeuge sind, die ich ganz gerne mag, man braucht irgendwie einen Flughafen, wo diese Flugzeuge auch landen können, wo auch Passagiere einsteigen können. Und da habe ich mal so geguckt, was gab es denn in der Vergangenheit für Flughafen-Sets und was gibt es vielleicht aktuell und wie die so im Vergleich abschneiden, weil wir ja auch öfters sagen, okay, Lego wird irgendwie immer ein bisschen schwächer und teurer und es ist nicht mehr alles so cool wie früher. Kann man in vielen Punkten bestimmt zustimmen, ist in manchen Punkten vielleicht ein bisschen übertrieben, weil da vielleicht einfach so ein bisschen die Enttäuschung oder sowas mitschwingt. Aber bei den Flughäfen war ich selber gespannt. Ich hatte so zwei, drei Flughäfen tatsächlich selber noch im Kopf, die, wie ich finde, großartig sind. Aber gerade wenn wir uns die letzten Jahre jetzt mal angucken, da wird auf jeden Fall einiges auffallen. Ich bin gespannt, was ihr so zu diesem Thema überhaupt zu sagen habt oder ob euch dieses Thema gefällt. Denn ja, es ist ja ähnlich wie bei Zügen und bei Cargo. Es kommt generell eigentlich viel zu wenig dazu. Aber wir schauen uns erst mal ein paar Sets an. Und wir gehen diesmal ein bisschen anders vor. Wir gehen diesmal von den neuesten Sets bis hin zu den klassischen Sets. Ihr werdet wahrscheinlich dann irgendwann verstehen, warum ich das so mache. Aber erst mal jetzt zu dem aktuellen Set. Das ist ja das Passenger Airplane. Das ist tatsächlich auch vom Namen her einfach nur ein Flugzeug. Also natürlich auf den ganzen Grafiken, auf dem Karton und sowas, wird im Hintergrund hier gezeigt, wie groß ein Flughafen sein kann, wie viele Flugzeuge da sind und sowas. Gibt es alles nicht. Ist auch nur eine Grafik aus dem Computer. Also es ist nicht irgendwie aus Klemmbausteinen oder sowas gebaut. Und wir haben halt dieses Flugzeug. Wir haben einige Figuren dabei. Wir haben ein paar Fahrzeuge dabei. Aber das war es im Prinzip auch schon. Also wir haben keinen Tower. Wir haben keinen Terminal, wo die Passagiere einsteigen können. Wir haben keine Aufenthaltszone. Und wir haben natürlich auch keine Landebahn. Das ist, wie ich finde, etwas, was bei Flugzeugen eigentlich Pflicht ist. Also beim Flughafen. Und da hatten wir natürlich damals diese sehr coolen Straßenplatten, die man natürlich super auch als Landebahn oder sowas verwenden konnte. Das ist so aktuell das, was wir zum Thema Flugzeug, Flughafen bekommen haben. Das Set müsste, glaube ich, jetzt schon raus sein. Kostet 105 Euro, wenn ich mich nicht ganz irre. Irgendwie so in dem Dreh. Und ja, das war es zu diesem aktuellen Flugzeug, Flughafen-Thema schon. 2020 hatten wir dann auch ein Passagierflugzeug. Hat damals 100 Euro gekostet. Und gibt irgendwie schon ein bisschen mehr her. Natürlich, wir haben das Flugzeug. Wir haben auch wieder ein paar Minifiguren. Zwei kleine Fahrzeuge. Also ein Auto, was auch transportiert werden kann. Wir haben aber auch einen Tower. Natürlich ist das auch hier nur eine Fassade. Es ist jetzt nichts Großartiges. Aber es gibt schon mal so ein bisschen das Feeling von einem Flughafen wieder. Das heißt, wir haben, ich glaube, 300 Teile weniger ungefähr. Für den gleichen Preis haben wir aber auch dafür einen Tower gekriegt. Also es ist nicht ganz so kleinteilig. Es sind auch relativ viele Minifiguren dabei. War, glaube ich, 2020 auch gar kein so schlechtes Set. Fanden viele sicherlich interessant. Gerade, wenn man nicht so auf dem Schirm hat, was es für Flugzeuge damals alles gab. Wir springen ins Jahr 2016 zurück. Da hatten wir nämlich die 60104. Das ist das Airport Passenger Terminal Set. Ungefähr die gleiche Teile zahlt. Ich glaube, ein paar Teile mehr als den Vorgänger. Auch 100 Euro damals. Und hier ist aber das Highlight, dass wir tatsächlich etwas haben, was schon näher an so einen Flughafen irgendwie mit rankommt. Wir haben natürlich wieder einen Tower dabei. Wir haben aber auch gewisse Spielfunktionen, die man sicherlich benutzen kann. Wir haben diesen Scanner, wo gecheckt werden kann, ob man irgendwelche metallischen oder verbotenen Gegenstände irgendwie dabei hat. Wir haben so eine Rolltreppe da. Kann man vielleicht so ein bisschen sehen. Dieses gelbe. Denke ich mal, dass es eine Rolltreppe ist. Kann auch ein Gepäckband sein. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, hier Gepäck transportieren zu können mit diesem kleinen Fahrzeug. Ich glaube, das da hinten ist hier Oktan-Tank mäßig irgendwas. Auch wieder ein paar Figuren dabei. Das Set gefällt mir bis jetzt tatsächlich von den Sets, die wir gesehen haben, mit Abstand am besten. Das Flugzeug von der Farbe her, von der Optik und halt von dem Flughafen, der dabei ist, kommt der Sache auf jeden Fall schon näher, wie es meiner Meinung nach sein sollte. Im Jahr 2013 natürlich auch. Also dann dementsprechend auch drei Jahre. Also es gibt immer so eine Lücke, aber es kommt auf jeden Fall wieder. Also es ist kein Thema, was komplett tot ist. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Da hatten wir den Cargo-Terminal. Auch die Teilezahlen sind so irgendwie in einer Richtung. Also das ist jetzt nie irgendwie, dass die Schnittmenge auf einmal viel größer wird. Bis auch jetzt beim letzten Set. Wir haben hier auch ein Tower. Aber das Set sieht, finde ich, für einen Flughafen-Set aber ein bisschen traurig aus. Natürlich gibt es dafür andere Spielfunktionen, wie hier so ein Schwerlastgabelstapler oder so ein Gepäckband. Auch diese coolen Gold-Nuggets. Ne, Gold-Nuggets sind es nicht. Goldbarren sind es eher. Die da quasi mit drin sind. Ist auch sicherlich eine coole Sache. Das Set war damals 10 Euro günstiger. Aber ich finde, da ist, wenn wir uns das angucken, das ist schon ein krasser Sprung gewesen zu dem 2016er-Set. Also da fand ich das 2016er-Set schon deutlich besser als das hier. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache ein bisschen. Was man haben möchte, ob man sich einen eigenen Flughafen baut. Das habe ich jetzt natürlich komplett ignoriert bei dieser ganzen Geschichte. Denn man möchte ja manchmal einfach nur in den Laden gehen, sich ein Set kaufen und dann kann man das irgendwie aufbauen. Aber nichtsdestotrotz, ja, das ist halt, ist es ein Passagierflugzeug mit ein bisschen Krams dabei. Aber selbst der Tower ist für mich irgendwie irrelevant, will ich jetzt nicht sagen. Aber schon nah dran, nicht zu sein eigentlich. Dann irgendwie ein Teilenummer sprungen. Also wir waren davor bei 3, 1, 8, 2. Auch wieder um die 700 Teile knapp. Ist ein Set, was auch damals 90 Euro gekostet hat und keine 100. Und hat natürlich hier dann auch wieder den Vorteil, dass wir wieder so eine Idee eines Flughafens haben. Wir haben einen separaten Tower, wir haben natürlich ein kleines Flugzeug. Und wir haben dieses Gebäude mit irgendwie Wartezone, mit Kassen, mit einem Schalter und sowas. Das ist schon ganz nett. Das muss meiner Meinung nach auch irgendwie dabei sein. Man kann aber natürlich irgendwie noch mehr machen. Nichtsdestotrotz, das Set fand ich auch schon wieder besser als das 2013er-Set. Das heißt, 2013 war irgendwie so ein bisschen, okay, wir bringen Flugzeug raus, schmeißen das auf den Markt und hoffen, dass es irgendwie gekauft wird. Wie gesagt, wie das damals genau war, Dark Ages und so, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht habt ihr da auch komplett andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht war das ein super Set, das könnt ihr mir gerne immer in die Kommentare schreiben. Aber so von der Sache her, wenn man die ranken würde, dann wäre bis jetzt 2013, glaube ich, relativ weit hinten. Als nächstes kommen wir, glaube ich, zum absoluten Top-Set, was es jemals bei Flughafen-Sets gab. Das ist ein Re-Release aus dieser Legend-Serie, die es damals gab, von der 6597. Das heißt, die gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Und wir haben wirklich einen großen Flughafen, wie ich finde. Natürlich, das wirkt alles gerade mit dieser älteren Optik immer ein bisschen anders. Aber der Hauptpunkt, den ich hier halt einfach großartig finde und der auch, wie ich finde, sein muss, sind diese Straßenplatten. Wir haben da auch nicht nur eine Straßenplatte, wir haben da mehrere Straßenplatten mit drin, mit denen man diese Landebahn quasi simulieren kann. Man kann die auch erweitern. Das ist das, was ich mir unter einem Flughafen vorstelle. Und das ist kein Set, bei dem ich sage, okay, das hatte ich als Kind oder ich war da voll gefühlsmäßig investiert und fand das halt damals als Kind gut und sage, das ist jetzt gut. Nein, ich finde einfach, ein Flughafen hat so gewisse Anforderungen, die er erfüllen muss. Und das ist halt diese Landebahn. Und das ist eins der wenigen Sets, die tatsächlich diese Landebahn drin hatten. Wir haben zwei coole Flugzeuge dabei, beziehungsweise einen Hubschrauber ist es da eher. Und die Gebäude für die damalige Zeit geben auch irgendwie ein bisschen Spieltiefe und sowas her. Natürlich nicht so viel Detail, nicht alles mit Fliesen ausgelegt. Aber ich finde, das hier ist so das, an dem sich eigentlich ein Flughafen messen lassen muss, wenn der bei Lego AZ rauskommt. Und ich glaube, wenn das in dieser Art und Weise rauskommen wird, dann würden wir hier beim Flughafen von 300 Euro oder so rauskommen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich finde, gerade wenn man irgendwie flughafenmäßig was machen möchte, dann ist das hier, glaube ich, das Set, auf das man gehen sollte, wenn man das irgendwie zu einem einigermaßen guten Preis kriegen sollte. Und so, die ersten richtigen Flughäfen, das waren einmal die 6396. Das ist dann schon wieder ein bisschen weniger gefühlt, als das, was wir eben gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz auch hier Baseplates natürlich dabei, ein paar nette Minifiguren, ein Hubschrauber und ein Flugzeug und so ein kleines Fahrzeug für Gepäck und sowas. Was mir hier tatsächlich sehr gut gefällt, ist so dieser Tower, den wir da haben. Der sah natürlich bei dem anderen so ein bisschen anders aus, mit diesen Säulen, die quasi da unten standen. Das Flugzeug ist, würde ich sagen, jetzt nicht viel anders. Aber an sich auch ein Set mit relativ vielen Straßenplatten. Und halt dementsprechend natürlich auch eine Landebahn, wo man auch vielleicht kleinere Flugzeuge landen lassen könnte, wenn man das wollte. Und ja, so das allererste Set, würde ich sagen, war die 6392. Das ist auch ähnlich wieder. Das müssten vier Straßenplatten quasi sein. Und diese Sonderplatte, die vor dem Flughafen ist. Auch da ist das Gebäude jetzt nicht mehr so groß. Das erinnert mich so ein bisschen an die Polizeistation, die ich euch mal gezeigt habe. Diese Kommandozentrale mit den grünen Scheiben. Beste Polizeistation aller Zeiten. Da haben wir natürlich, ja, mir gefällt so die Farbe vom Flughafen jetzt hier nicht so megamäßig. Dieses Gelb. Aber auch da kann man sicherlich dann auch noch ein bisschen was erweitern. Wichtig ist, wie ich finde, diese Landebahn. Ich habe damals ja auch, als ich noch ein bisschen kleiner war, irgendwelche Städte versucht zu bauen. Und das hat unglaublich geholfen, wenn man einfach irgendwie diese Straßenplatten schon hatte. Man hat quasi eine Basis gehabt. Man konnte an die Seiten irgendwie ein bisschen was draufbauen. Am besten so an die Übergänge von den Platten, damit die auch dann zusammen waren. Das hat auch immer Spaß gemacht. Da hat man auch das Gefühl gehabt, dass man schnell und viel vorankommt und was geschafft hat. Deswegen mag ich halt auch Straßenplatten und generell Baseplates ganz gerne. Ich weiß, das ist vielleicht bei vielen heutzutage ein bisschen anders, dass die sagen, okay, ich will lieber frei irgendwas bauen. Ich will nicht hier dieses Quadrat haben oder, keine Ahnung, wenn es mehrere sind, dass es ein Rechteck ist. Und da muss ich dann mich dran halten und da drauf bauen. Sondern das vielleicht eher so ein bisschen wie bei der Wikinger Festung zum Beispiel, dass das alles so ein bisschen natürlicher in Anführungszeichen aussieht. Aber ich finde halt, dass das irgendwie dazu gehört. Und das wäre schön, wenn wir da auch mal irgendwie was bekommen würden. Ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwie bei Ideas mal einen Flughafen in der Größenordnung von diesen ganzen Bahnhöfen oder sowas gibt und der abgelehnt wird, dass das vielleicht über das Bricklink-Designer-Programm irgendwie nochmal was wird. Ich weiß nicht, wie viel Lego da investieren möchte, nochmal ein richtiges Flughafen-Thema rauszubringen. Und es gibt alle paar Jahre halt dieses Passagierflugzeug. Das heißt, das Thema ist nicht komplett tot, ähnlich wie bei den Zügen. Man bekommt, wenn man möchte, immer wieder ein neues Flugzeug, beziehungsweise dann bei den Zügen immer einen neuen Zug. Aber das ringsrum, das fällt halt weg. Und da muss man halt gucken, wie man da zurechtkommt. Also mein Tipp an euch wäre, auch wenn ihr die alten Sets vielleicht nicht so cool findet oder nicht mögt, besorgt euch irgendwie die Straßenplatten und versucht dann darauf einen Flughafen zu bauen. Das ist, glaube ich, das, was meiner Meinung nach am sinnvollsten ist, wenn man das irgendwie machen möchte. Man kann natürlich auch ohne Flughafen irgendwie spielen, aber dann ist alles, was ich gesagt habe, vorher sowieso komplett sinnlos. Das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben, weil mich das auch immer wieder beschäftigt, gerade was Flugzeuge und sowas angeht. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare, generell, was ihr von Flugzeugen haltet und von Flughäfen. Und ob ihr auch so findet, wenn man sich so die Sets nacheinander anguckt, dass es irgendwie gefühlt am Anfang schon richtig stark war und dann ist es halt immer so ein bisschen weniger geworden. Ab und zu gab es dann mal einen Hoch wie 2016 und dann wurde sich aber halt nur noch auf die Flugzeuge konzentriert. Kann sein, dass ich das nur so sehe, aber vielleicht seht ihr das genauso. Wie gesagt, eure Meinung würde mich da auf jeden Fall interessieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, natürlich gerne den Kanal abonnieren, ein Like da lassen. Wie gesagt, kommentieren sowieso. Eure Meinung ist immer sehr interessant und sich da auszutauschen hilft. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns bald wieder. Habt noch einen schönen Tag und bis bald.